Wir sind das private Sankt-Josef-Gymnasium in Biesdorf. Seit Jahrzehnten bemühen wir uns, in der Region gute Bildung zu bieten. Kommunikation ist uns im Schulalltag besonders wichtig, auch das Feedback durch die Schüler. Daher stehen wir in häufigem Kontakt mit der Schülervertretung, freuen uns über Anregungen und wollen gemeinsam Schulqualität weiterentwickeln. Unsere geografische Lage ermöglicht es uns, den Schülern ein weitläufiges Gelände zur Verfügung zu stellen, das ihnen viel Freiraum bietet. Und dennoch bleiben die Wege zwischen den Unterrichtsräumen kurz. Angeschlossen an unser Schulgebäude finden sich neben den beiden Turnhallen auf dem schuleigenen Gelände sowohl ein Rasenplatz als auch Anlagen für Leichtathletik. Um uns für die Zukunft zu rüsten, haben wir uns schon vor einigen Jahren für das pädagogische Konzept des Marstaller Plans in unserem Hause entschieden. Der Marstaller Plan ist ein Erziehungs- und Unterrichtskonzept speziell für katholische Schulen. Neben dem üblichen Fachunterricht haben wir drei besondere Elemente. Das erste Element ist der Morgenkreis, zu Beginn einer jeden Schulwoche vom Klassenlehrer gestaltet. Hier werden mit den Schülern verschiedene, durchaus auch außerunterrichtliche Themen besprochen. Zum Zweiten haben wir den vernetzten Unterricht. Hier haben wir mehrere Fächer zusammengefasst, die verschiedene Themen unter den unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Zum Dritten die freie Stillarbeit. Jeden Tag eine Stunde konzentrierten Arbeitens, in der die Schüler Themen für sich alleine erarbeiten, sodass das eigenständige Lernen im Vordergrund steht und auch hier speziell eingeübt wird. Unsere Erfahrungen mit dem Marstaller Plan haben gezeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler ein selbstständigeres Arbeiten an den Tag legen und wir erhoffen uns damit, dass sie später im Studium oder auch in der Ausbildung davon profitieren. Bei den sportlichen AGs bieten wir ein umfangreiches Angebot, sowohl für die Jungen als auch für die Mädchen, zum Beispiel Fußball, Basketball oder Tischtennis. Für musisch Interessierte jeden Alters bietet unsere Schule sicherlich auch ein umfangreiches Angebot. In verschiedenen Ensembles kann man tätig werden und all diese Ensembles haben verteilt über das Jahr zahlreiche Auftritte. Darüber hinaus bieten wir in den Kunst-AGs künstlerisch interessierten Schülern die Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Eine Besonderheit unserer Schule ist, dass wir ein allsprachliches Gymnasium mit neusprachlichem Zweig sind und wir freuen uns, dass wir immer wieder interessierten Schülern die Sprachen Latein und Griechisch näher bringen dürfen. Musik Wie Sie sehen, bieten wir beste Voraussetzungen, um Bildung in unserem Hause zu ermöglichen und wir würden uns freuen, auch Sie einmal hier bei uns begrüßen zu dürfen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020